Das Berlin-Tag-und-Nacht-Urgestein Falco Ochsenknechtes Tod Jahrelang begeistert der Laiendarsteller als Ole ohne Kohle die Fans. Mit nur 39 Jahren stirbt er, wie seine Freundin im Netz bekannt gibt. Hey ihr Lieben, ausgegebenem Anlass ergibt sich dieser Post. Leider ist unser liebster Seelenmensch plötzlich von uns gegangen. Ein anderer Freund bestätigt dann auch, woran Falco stirbt. Er ist an Herzversagen gestorben. Er wurde am Montag von seiner Reinigungskraft und der Polizei in seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Der Tod des Partyschlagersängers bewegt viele Fans und alte Kollegen. Unter anderem trauern Danny Liedtke und Jennifer Rilley um ihren einstigen Co-Star. Nee Mann, ich kann das alles nicht mehr, es tut einfach nur weh. Falco, es ist unfassbar. Eins ist also gewiss. Falco hinterlässt bei seinen Anhängern eine große Lücke und bleibt nicht nur als BTN-Star unvergessen.